Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir Gossam Knight, das neue Batman-Dings-Universum-Superhelden-Spiel. Batman ist ermordet worden und wir müssen den Killer finden. Und wir können uns jetzt hier irgendwie entscheiden zwischen Tim Drake als Robin, Jason Todd als Red Hood, Barbara Gordon als Bad Girl, nein, auf keinen Fall, Dick Grayson als Nightwing, begabter Akrobat, rasante Kombos, Experte mit Stücken, Tarn-Spezialist-Taktisches-Universum mit dem Langstock, hohe Stärke, eigentlich mag ich ja immer so mit draufhauen, aber wir nehmen mal hier, ihn hier, ja. Let's go. Kann man auch Koop-mäßig spielen? Aber ich fange erstmal alleine an, Gossam Knights, rein in die Olga. Yo, hier sind wir. Ich habe alles auf volle Pulle, ich habe Race Tracing, ich habe alles auf volle Pulle, das Spiel soll sehr hart, hartweh hungrig sein. Ich habe vergessen, FPS einzeigen zu lassen. Vielleicht mache ich das dann irgendwann noch an, es fühlt sich jetzt erstmal... Ah, es ist ein bisschen... Egal. Was ist eins? Ich habe nicht... Ich spiele mit dem Controller. Okay, hier können wir irgendwie angreifen. Hier können wir ausweichen. Da weiß ich nicht. Hier jumpen wir rüber. Ja, alles fühlt sich künstlich an, die ganze Jumper-Eye. Und es ruckelt und leckt, so wie auch viele Spieler berichten. Er wurde schon identifiziert, war wohl Dozent hier. Kirk Langström. Klick war natürlich durch. Rechte Nachricht. Langström ist tot. Wo finde ich sein Büro? Ziele mit R. Langström ist tot? Verdammt. Und dann Tippe 5. Was soll der Quatsch? Was ist 5? Jo. Okay, das geht weit. Okay. Muss ich da hinten hin, oder was? Ich habe mal den Schleich. Oh, es leckt und leckt, Alter. Ja, ich muss mal am nächsten Mal mein FPS-Programm, da muss man irgendwas unterschrauben. Hier ist das. Das haben ganz viele Probleme, weil das Spiel natürlich auch den Novo hat. Dieser Kopieschutz bei Steam, ähm, oder nicht bei Steam, einige Spiele haben das. Ähm. Macht Spiele sehr, sehr schlecht von der Performance her. Aber ihr wisst, für euch gönne ich mir erstmal alle Games und kipps die dann einfach zurück bei Steam, wenn sie mir nicht gefallen. Und das sind eigentlich viele, weil wir machen diese Einzelspiele, Spiele keinen Spaß aus. Sie sind was sehr, sehr, sehr Besonderes. Aber das ist nichts Besonderes. Soll ganz okay sein, aber für mich ist das das Geld niemals wert. Was muss ich machen? Warte mal. Ich bin wegen Langströms Büro hier. Da sollte ich was finden. Hier ist dein Büro. Hä? Ziele mit... Wo? Bin ich dumm? Bin ich blind? Wie soll ich nichts gedrückt halten? Achso. Hä? Brauche ich nicht. Achso, auf dem Boden. Da steht's ja. Ah. Die Spuren sind verdächtig. Woher stammen sie? So, folgen wir denen mal. Da hab ich nur Sackgassen. Ich glaube, das könnte was werden. Ich breche in ein Labor ein. Das gefällt dir sicher. Einbrüche haben echt was für sich. Auch wenn du versehentlich den Alarm auslöst? Also bitte, das warst du. Ich sehe mir jetzt diese Spur genauer an. Pass auf dich auf. Würde er jetzt, hätte ich jetzt einen anderen Charakter genommen, äh, anders anfangen? Ich glaube nicht. Aber wäre cool. Hallo. Hier ist Langström gestorben. Dass das GCPD nicht mehr in diesem Labor herumschnüffelt. Langström wurde wohl an seinem Arbeitsplatz angetroffen. Er hat viel Blut verloren. Er wollte fliehen. Und der Angreifer hat ihn an die Wand gedrückt. Total. Langström wollte mit letzter Kraft zu diesem Schrank kriechen. Warum nicht aus dem Labor hinaus? Hä? Der macht sich erstmal warm. Ja, wir müssen hier in den Schrank gucken. Versteckter Mechanismus. Das ist eine Geheimtür. Was haben Sie versteckt, Dr. Langström? Ja, mach auf, die Köcke. Das war noch immer, ja, man benutzt er, wenn man den hat hat. Das Thermostat könnte auch als Cotschloss dienen. Drei? Ach, die Karne. Also warum zeigt er mir eins, zwei und... Was soll der Quatsch? Eine Telefonnummer. Nicht die Vorwahl von Gotham. Könnte nützlich sein. Markieren. Das Eingaberät ist... Kann ich hier sie eingeben? Nee. Langström hat diese Tage speziell markiert. Die merke ich mir. Falls dieser Film Langström so viel bedeutet, ist vielleicht das Erscheinungsdatum wichtig. Ja, das ist sehr gut. So eine Mikrowelle habe ich noch nie gesehen. Die ist vielleicht nicht nur für Mitternachtssnacks da. Platz für drei Ziffern. Ja, eins, zwei und sieben. Aber... Kann ich hier dann aufheben, lösen, äh, verlassen. Langström's Tablet. Ist das eine Fernbedienung für die Tür? Finde einen, das Eingaber... Warte mal. Achso. Ich muss jetzt das und die Mikrowelle. Ja genau. Gebt mal ein. Oder was muss ich jetzt nicht machen? Hä? Ist das kompliziert und dumm, Alter. Mann, warum kommt denn nur noch Trickspiele raus, ey? Also ich kann nur zwei Sachen markieren. Gib doch mal eines. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist mir schon wieder zu... Ach, so umständlich, ey. Mann, ey. Mach ich lieber ein paar Saltus. Ach, Mann, ey. Was wollt ihr von mir, ihr Huchenböcke? Alter, von Entwickler. Alter. Nee. Weg mit dem Müll.